Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo über die komplexen Zahlen. Wir schauen uns heute gemeinsam den Betrag und die Polarkoordinaten komplexer Zahlen an und betrachten dabei zwei verschiedene Darstellungsweisen von den komplexen Zahlen. Zunächst habe ich dir wieder einen kleinen Überblick zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Was sollst du bereits wissen? Ganz wichtig ist wiederum, dass du die Struktur der komplexen Zahlen kannst, das heißt Z gleich A plus IB, das heißt A der Realteil und B der Imaginärteil dieser komplexen Zahl. Des Weiteren ist wichtig, dass du mit Vektoren auch arbeiten kannst, das heißt, dass du weißt, was die Länge eines Vektors ist, beziehungsweise wie der Winkel zwischen zwei Vektoren definiert ist. Schau dir dazu noch einmal das Arbeitsblatt zur Vektorrechnung im R2 oder im R3 an. Wichtig ist auch, dass du die Trigonometrie kannst, das heißt im rechtwinkligen Dreieck mit den trigonometrischen Grundfunktionen Sinus, Cosinus, Tangens umgehen kannst und auch weißt, wie diese definiert sind mit den Katheten und mit der Hypothenuse. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Unter anderem kannst du nach diesem Video die beiden Darstellungsvarianten der komplexen Zahlen anschreiben, beziehungsweise auch genau aufeinander unterscheiden und du kannst auch zwischen diesen beiden Darstellungsformen umrechnen. Das ist auf der einen Seite die kathesische Möglichkeit und auf der anderen Seite die Polarform. Des Weiteren kannst du natürlich auch danach den Betrag einer komplexen Zahl und den Winkel davon auch interpretieren und auch richtig einordnen. Du kannst es gut auch interpretieren, was jetzt der Betrag und der Winkel dieser komplexen Zahl genauer bedeuten. Schauen wir uns dabei zunächst einmal diese beiden Darstellungsvarianten an. Ich habe dir zunächst eine Motivation mitgebracht und zwar, wir gehen bei dieser Motivation von einem Punkt aus. Einen Punkt, den kennst du bereits auch aus der Unterstufe. Einen Punkt können wir zweifach festlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Punkt zu definieren. Das wäre die erste Möglichkeit und zwar die Koordinaten des Punktes dir anzuschauen. Das heißt die x- und die y-Koordinate des Punktes zu betrachten. Da habe ich dir ein Beispiel mitgebracht. p ist gleich 3,2. Der Punkt b hat die Koordinaten 3,2, die x-Koordinate 3 und die y-Koordinate 2. Und wenn wir das geometrisch darstellen in einem Koordinatensystem, dann kommen wir auf eine solche Form, dass der Punkt p genau in dieser Ebene liegt, wobei er auf der x-Achse 3 Einheiten hinübergegangen worden ist und auf der y-Achse 2 Einheiten hinaufgegangen worden ist. Und so kann der Punkt p in diesem kathesischen Koordinatensystem mit Hilfe von kathesischen Koordinaten dargestellt werden. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir uns bei jedem Punkt den Abstand vom Ursprung anschauen. Das ist der Abstand r und dann auch diesen Winkel phi, den jetzt dieser Zeiger bzw. der Pfeil dieses Punktes bzw. auch dieses Vektors mit der positiven x-Achse einschließt. Das heißt beispielsweise, wenn der Punkt p jetzt definiert ist, also 5 und 45 Grad, dann heißt es, dass der Abstand r vom Ursprung dieses Punktes 5 Einheiten ist bzw. auch 5 cm und der Winkel phi, den dieser Punkt mit der positiven x-Achse einschließt, ist 45 Grad. Ich habe dir das hier anhand einer Grafik auch dargestellt. Dieser Punkt p liegt in der Ebene und hat einen abstand, einen geradlinigen Abstand vom Ursprung von r, von 5 Einheiten und schließt jetzt dieser Pfeil bzw. dieser Vektor, der zu p hinweist, schließt jetzt mit der positiven x-Achse einen Winkel von 45 Grad ein, der in dieser Grafik als phi dargestellt ist. Diese beiden Darstellungsmöglichkeiten gibt es jetzt für einen Punkt mit Hilfe von kathesischen Koordinaten oder mit Hilfe dieser Polarkoordinaten mit r und mit phi. Schauen wir uns das jetzt gemeinsam bei den komplexen Zahlen an. Jede komplexe Zahl, das wissen wir ja schon, kann als Punkt bzw. als Vektor grafisch im kathesischen Koordinatensystem in der Ebene dargestellt werden. Schaut ihr dazu vielleicht noch einmal das Video zu grafischen Darstellungsmöglichkeiten einer komplexen Zahl an. Es gibt jetzt wiederum zwei Möglichkeiten, eine komplexe Zahl, die ja als Punkt in dieser Gausschen komplexen Zahlen eben auch aufgefasst werden kann, darzustellen. Das erste wäre, wie wir schon gesagt haben, die Koordinaten des Punktes angeben. Das heißt, die komplexe Zahl besitzt einen Realteil A und einen Imaginärteil B. Und dann heißt diese Darstellungsmöglichkeit von Z gleich A plus BI, die mit Hilfe jetzt dieser beiden Teile mit Realteil und Imaginärteil dargestellt werden kann, die Komponentenform bzw. die kathesische Darstellungsform. Wenn wir uns das anhand eines Beispiels anschauen, dann gilt, dass Z gleich 3 plus 2I den Realteil A gleich 3 hat, das wäre die X-Koordinate, wie wir bereits wissen, und auf der anderen Seite B gleich 2 wäre der Imaginärteil, das wäre die Y-Koordinate. Und wenn wir diese komplexe Zahl anhand dieses kathesischen Darstellungsmöglichkeit darstellen, im Koordinatensystem, dann kommen wir auf eine solche Zeichnung. Und zwar ist dann die komplexe Zahl Z gleich 3 plus I dargestellt, eben durch diesen Punkt im kathesischen Koordinatensystem mit der X-Komponente oder X-Koordinate, der den Realteil symbolisiert mit 3. Und dann die Y-Koordinate ist der Imaginärteil, der auf der Y-Achse dargestellt wird, und das ist 2. Also kann ich diese komplexe Zahl mit Hilfe des Real- und des Imaginärteils, der auf der X-Achse dargestellt wird und auf der Y-Achse dargestellt wird, als Punkt in diesem kathesischen, komplexen Koordinatensystem darstellen. Eine zweite Möglichkeit wäre jetzt, diese komplexe Zahl durch diesen Abstand R und durch diesen Winkel Phi darzustellen. Und wir wissen bereits, dass dieser Abstand R der Abstand der komplexen Zahl vom Koordinatenursprung ist und der Winkel Phi jetzt wiederum derjenige Winkel ist, den der Zeiger bzw. der Vektor oder der Pfeil von der komplexen Zahl hin zur positiven X-Achse ist darstellt. Also insgesamt besitzen wir dann die Darstellung Z, R, Phi und diese Darstellung heißt die Polarform bzw. die Polarkoordinatendarstellung, da die beiden Teile R und Phi als sogenannte Polarkoordinaten auch angeschrieben werden können. Das heißt, wir haben jetzt neben dieser kathesischen Koordinatensystemschreibweise auch eine andere Schreibweise und zwar die Polarkoordinatendarstellung mit Hilfe von der Polarkoordinaten R als Abstand vom Ursprung und als Winkel Phi, der den Winkel M angibt zwischen der komplexen Zahl, zwischen dem Pfeil der komplexen Zahl und der positiven X-Achse. Dann können wir auch ein Beispiel angeben, wie beispielsweise 45 Grad, diese komplexe Zahl ist jetzt als Polarkoordinaten dargestellt, dann ist R der Radius bzw. der Abstand von unserem Ursprung 5 Einheiten und Phi gleich 45 Grad ist derjenige Winkel, den die komplexe Zahl mit der positiven X-Achse einschließt. Wenn wir uns das wieder darstellen im komplexen Koordinatensystem, dann ist diese komplexe Zahl Z gegeben durch 45 Grad mit R als Abstand vom Ursprung und Phi als Winkel zwischen der komplexen Zahl, zwischen dem Pfeil der komplexen Zahl und der positiven X-Achse, die hierbei zugleich die positive Realachse ist. Diese beiden Darstellungsmöglichkeiten gibt es jetzt für komplexe Zahlen mit den kathesischen Koordinaten mit Real- und Imaginärteil und auf der anderen Seite mit den Polarkoordinaten mit R und mit Phi. Ich möchte jetzt aber auch gemeinsam mit dir die Umrechnung zwischen diesen beiden Möglichkeiten auch uns genauer anschauen und auch Formeln entwickeln, wie diese Möglichkeiten ineinander umgerechnet werden können. Das heißt, wir schauen uns jetzt gemeinsam die Umrechnung zwischen diesen Darstellungen an. Das erste wäre von der Polarform in die kathesische Form. Das heißt, wir haben jetzt den Abstand R und den Winkel Phi gegeben und wir wollen jetzt in die kathesische Form umwandeln, das heißt, eine komplexe Zahl angeben mit Z gleich A plus IB. Dazu schauen wir uns jetzt gemeinsam das Arbeitsblatt genauer an. Und zwar haben wir jetzt am Arbeitsblatt eine Aufgabe, und zwar die Umrechnung von der Polarform in die Komponentenform beziehungsweise in die kathesische Form. Du hast hier einen Einheitskreis, also einen Kreis dargestellt, der jetzt in die komplexe Zahlenebene eingebettet ist und wir haben eine komplexe Zahl gegeben, Z, die im ersten Quadranten jetzt eingezeichnet ist. Okay, und jetzt sollen wir mit Hilfe von R und mit Phi eine Formel für den Realteil A und den Imaginärteil B aufstellen. Dazu schauen wir uns jetzt genauer nochmals die Grafik an. Und zwar, wenn wir jetzt die komplexe Zahl Z hier gegeben haben, dann können wir diese komplexe Zahl eben mit R und mit Phi hier einzeichnen und dann ist derjenige Teil, der hier unten aufgetragen ist, der Realteil und derjenige Teil, der hier senkrecht aufgetragen ist, P, der Imaginärteil. Und so bekommen wir ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel hier unten. Und jetzt kann ich mit meinen Kenntnissen aus der Trigonometrie bereits A und B mit Hilfe von R und mit Phi anschreiben. Und zwar funktioniert das jetzt folgendermaßen. Wir haben den Winkel Phi gegeben, dann wissen wir, dass R in diesem Dreieck die Hypotenuse ist und B die Gegenkathete zum Winkel Phi und A die Ankathete zum Winkel Phi. Möchten wir jetzt A genauer aufstellen mit Hilfe einer Formel, dann brauchen wir hier zu diesem Winkel Phi das A, das ist die Ankathete und wir haben R gegeben. Also gilt laut den trigonometrischen Funktionen, dass Cosinus Phi Ankathete durch Hypotenuse ist. Das wäre in diesem Fall jetzt A durch R. A wäre die Ankathete und R wäre die Hypotenuse. Und wenn wir jetzt diese Gleichung umformen auf A, dann erhalten wir insgesamt, wenn wir jetzt mit R multiplizieren, dass A gleich R mal Cosinus Phi ist. Dasselbe erhalten wir, wenn wir jetzt mit B arbeiten. Nur hier bei B haben wir die Gegenkathete und die Hypotenuse. Also brauchen wir hier nicht den Cosinus, sondern wir brauchen hier den Sinus. Denn der Sinus von Phi ist definiert als Gegenkathete durch Hypotenuse. Und das wäre hier in diesem Fall B durch R. Und wenn wir das gemeinsam jetzt umformen, wieder mit R multiplizieren, dann erhalten wir B ist gleich R mal Sinus Phi. Also kann ich mit Hilfe von R und mit Phi und mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen im rechtwinkligen Dreieck sehr leicht mein A und mein B, meinen Realteil und meinen Imaginärteil ausrechnen. Und die gleichen Formeln gelten aber in jedem Quadranten, nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten, im dritten und im vierten Quadranten. Und damit habe ich jetzt eine Möglichkeit von der Polarform in die kathesische Form umzurechnen. Schauen wir uns dabei jetzt gemeinsam ein Beispiel an. Und zwar, wir sollen jetzt die komplexe Zahl Z, die jetzt in Polarform gegeben ist, Z gleich 5 und 142 Grad in die kathesische Form umrechnen. Wir haben R und wir haben Phi gegeben und wir wollen jetzt den Realteil und den Imaginärteil A und B für die kathesische Form errechnen. Dazu habe ich dir nochmals diese Formeln hingeschrieben, die wir vorher erarbeitet haben. Und zwar A ist gleich R mal Cosinus Phi und B, der Imaginärteil, ist R mal Sinus Phi. Wenn wir jetzt gemeinsam das machen, dann erhalten wir, dass der Realteil A R mal Cosinus Phi ist, das heißt, R ist 5 mal den Cosinus von 142 Grad. Und wenn wir uns das genauer jetzt ausrechnen, das heißt, wenn wir jetzt gemeinsam, dazu brauchen wir natürlich einen Taschenrechner, wenn wir jetzt gemeinsam diese Rechnung durchführen, das heißt, 5 mal Cosinus von 142 in den Taschenrechner eingeben, dann erhalten wir, ungefähr minus 3,94. Genau, das wäre jetzt der Realteil dieser komplexen Zahl. Und wenn du jetzt alleine das vielleicht machen möchtest, dann kannst du jetzt B gleich R mal Sinus Phi rechnen. Stoppe hierzu das Video. Versuchen wir das gemeinsam jetzt. wiederum R wäre 5 und der Winkel wäre 142. Doch hier müssen wir mit dem Sinus rechnen, denn der Imaginärteil verlangt den Sinus. Wenn wir das jetzt wiederum in den Taschenrechner eingeben, dann erhalten wir hier 3,08 als Ergebnis für den Imaginärteil. Und insgesamt können wir dann schreiben, dass die komplexe Zahl Z in Komponentenform jetzt folgendermaßen ausschaut. 3,94 als Realteil plus 3,08 mal i. Das würde die komplexe Zahl jetzt in Komponentenform beziehungsweise in kathesischer Form sein, die wir erhalten haben durch diese beiden Formeln von der Polarkoordinatendarstellung hin zur kathesischen Darstellungsform. Schauen wir uns jetzt gemeinsam die andere Umrechnung an, das heißt von der kathesischen Form in die Polarform. Dazu schauen wir uns gemeinsam wieder das Arbeitsblatt an, da haben wir wieder eine Übung und zwar die Umrechnung von der Komponentenform, von der kathesischen Form in die Polarform. Gegeben ist der Realteil A und der Imaginärteil B einer komplexen Zahl und jetzt sollen wir jeweils kleiner oder größer einsetzen. Schauen wir uns dazu den ersten Quadranten an. Wir haben hier wiederum eine komplexe Zahl gegeben, hier im ersten Quadranten, Z, die mit Hilfe jetzt von A und B dargestellt ist und im ersten Quadranten sehen wir, dass A der Realteil hier in die positive Achse hinüber geht, also ist A insgesamt größer 0 und B geht auch in die positive Imaginärachse hinauf, also ist B auch größer 0. Wenn wir im zweiten Quadranten das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass der Realteil hier in die negative Realteilachse hinüber geht, also ist A hier in diesem Fall kleiner 0 und B geht wieder hinauf in die positive Imaginärachse, also ist hier B größer 0. Im dritten Quadranten sehen wir, dass sowohl A in die negative Realteilachse als auch B in die negative Imaginärachse gehen, also ist sowohl hier A als auch B kleiner als 0. Im vierten Quadranten, das sehen wir hier unten, geht A in die positive Realteilachse, ist also positiv, also größer 0 und B ist hier negativ, geht in die negative Imaginärteilachse, also ist hier B kleiner 0. Wir haben also in jedem Quadranten eine andere, ein anderes Vorzeichen, jeweils für A und B, also haben wir insgesamt vier verschiedene Fälle, wie jetzt eine komplexe Zahl aufgefasst werden kann. Schauen wir uns dabei gemeinsam jetzt den zweiten Teil dieser Übung an und zwar sollen wir jetzt ausgehend von diesen Kreisen, von diesen vier verschiedenen Möglichkeiten der Quadranten eine Formel für R und eine Formel für Phi für den Winkel aufstellen. Das heißt, wir wollen jetzt aus den kathesischen Koordinaten A und B wollen wir jetzt eine Formel für die Polarkoordinaten für R und für Phi aufstellen. Schauen wir uns zunächst einmal eine Formel für R an. Und zwar dabei gehen wir wiederum von unserem rechtwinkligen Dreieck in einem Kreis aus und zwar wissen wir, dass A und B gegeben ist und wir wollen jetzt R finden. A und B sind die beiden Katheten dieses rechtwinkligen Dreiecks und R wäre die Hypotenuse dieses Dreiecks und es gibt einen ganz wichtigen Satz im rechtwinkligen Dreieck das ist der Satz von Pythagoras Pythagoras ein wichtiger Mathematiker der vor Christus gelebt hat der die Pythagrische Schule auch gegründet hat und auf ihn oder man geht davon aus dass auf seine Schule beziehungsweise auch auf die Zeiten vor ihm bereits auf die Babylonia dieser wichtige Satz zurückgeht der Pythagrische Lehrsatz und zwar lautet er folgendermaßen dass die Hypotenuse Quadrat die Summe der beiden Katheten Quadrate ist da ist R Quadrat das gleiche wie A Quadrat plus B Quadrat wenn wir jetzt eine Formel für R aufstellen müssen dann haben wir hier insgesamt A Quadrat plus B Quadrat und weil wir hier R dezidiert ausrechnen möchten müssen wir hier noch die Wurzel drüber schreiben denn wir wissen dass R Quadrat die Hypotenuse Quadrat dasselbe ist wie die Summe der beiden Katheten zum Quadrat wenn wir hier die Wurzel ziehen erhalten wir R ist gleich die Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat und das gilt in jeden Quadranten in jedem Quadranten kann der Radius R berechnet werden als die Wurzel aus A Quadrat also ein Realteil Quadrat plus B Quadrat also plus ein Imaginär Teil Quadrat schauen wir uns jetzt die Berechnung des Winkels Phi näher an wir wissen bereits wiederum aus der Trigonometrie dass eben für den Winkel Phi A die Ankathete und B die Gegenkathete ist und eine Formel die sowohl die Ankathete als auch die Gegenkathete verwendet ist der sogenannte Tangens das heißt in jedem Quadranten kann dieser Winkel Alpha hier ist mit Alpha bezeichnet geschrieben werden durch A dann Tangens hoch minus 1 von Betrag B durch A von Gegenkathete durch Ankathete allgemein lautet die Formel dass der Tangens von Alpha die Gegenkathete durch die Ankathete ist wenn ich das umforme bekomme ich Alpha ist A Ktan beziehungsweise Tangens hoch minus 1 von B durch A jetzt haben wir aber hier ein kleines Problem denn in jedem Quadranten gibt es eine andere Form denn einmal ist B positiv einmal negativ einmal ist A positiv einmal ist A negativ das heißt wir erhalten hier insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten und und zwar im ersten Quadranten erhalten wir hier für für phi genau diesen Winkel Alpha ist der A Ktan von B durch A denn im ersten Quadranten ist die Ankathete hier A positiv und die Gegenkathete B auch hier positiv also brauche ich diesen Betrag nicht und es folgt unmittelbar daraus dass Alpha dieser Winkel hier mit phi übereinstimmt also ist im Grunde genommen phi hier Alpha und das ist der A Ktan von B durch A im zweiten Quadranten haben wir hier jetzt ein negatives A und ein positives B diese Formel hier A Ktan von Betrag von B durch A macht unseren Bruch hier positiv denn der Betrag macht hier diesen Ausdruck hier größer 0 also wird auch das Vorzeichen bei A vernachlässigt es wird damit wiederum der Winkel Alpha im ersten Quadranten hier berechnet das heißt ich habe hier wiederum für diesen Winkel Alpha berechne ich hier für den ersten Quadranten also kann hier Phi nicht unmittelbar Alpha sein sondern was passiert denn dieser Winkel hier im zweiten Quadranten dieser hier ist genau unser Alpha das ist genau dieser Winkel im ersten Quadranten also habe ich hier damit ich diesen Winkel Phi bekomme muss ich hier von diesem Halbkreis der 180 ist 180 Grad muss ich hier Alpha abziehen das heißt die Vorgehensweise ist nun folgende wenn ich weiß dass diese komplexe Zahl im zweiten Quadranten ist rechne ich mir zunächst einmal diesen Winkel Alpha hier aus und muss dann von 180 Grad diesen Winkel Alpha abziehen und erhalte dann meinen Winkel Phi der zu dieser komplexen Zahl z passt im dritten Quadranten wenn wir uns es genauer anschauen ist es A und das B positiv ich berechne mir also wiederum mein Alpha das im ersten Quadranten liegt also hier unten diesen Winkel berechne ich mir wieder und dieser Winkel im dritten Quadranten dieser ist wiederum Alpha das ist genau derjenige Winkel der im ersten Quadranten liegt und wie komme ich jetzt zu Phi zu diesem Halbkreis plus diesen Winkel Phi ich muss insgesamt 180 plus mein Alpha rechnen und das ist mein Phi im dritten Quadranten ich rechne mir also wiederum als erstes das Alpha im ersten Quadranten aus und zähle dann 180 dazu und im vierten Quadranten gilt dasselbe hier haben wir B negativ und A positiv ich berechne mir wiederum meinen Winkel Alpha der im ersten Quadranten liegt und dieser Winkel stimmt jetzt mit diesem Winkel hier den ich unten eingezeichnet habe über 1 und wie komme ich jetzt zu meinem Phi ich muss von dem Vollkreis Winkel der 360 ist muss ich mein Alpha abziehen das heißt ich muss jetzt zur Berechnung des Winkels Phi immer meinen A dann von B durch A berechnen dann erhalte ich meinen Winkel Alpha und dieser Winkel Alpha stimmt mit Phi nur dann überein wenn es im ersten Quadranten liegt sollte er im zweiten Quadranten liegen muss ich 180 minus Alpha rechnen sollte er im dritten Quadranten liegen muss ich 180 plus Alpha rechnen liegt er im vierten Quadranten muss ich 360 minus Alpha rechnen und in welchen Quadranten diese komplexe Zahl liegt das kann ich unmittelbar ablesen durch das Vorzeichen des Real und des Imaginärteils Schauen wir uns dazu ein Beispiel an die komplexe Zahl z gleich 4 minus 2i sollen wir in Polarform umwandeln dazu ist es zunächst geschickt uns noch einmal in Erinnerung zu rufen welche Formeln es gibt und zwar r ist die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat und der Winkel phi bzw. unser Alpha ist der Actan von b durch a und hierbei muss ich noch Adaptierungen vornehmen insofern ich schauen muss in welchen Quadranten diese komplexe Zahl liegt schauen wir uns zunächst hierbei einmal an welchen Realteil und welchen Imaginärteil diese komplexe Zahl besitzt der Realteil wäre hier 4 das wäre positiv und der Imaginärteil wäre minus 2 der wäre negativ jetzt müssen wir zunächst einmal schauen in welchem Quadranten diese komplexe Zahl liegt ich habe einen positiven Realteil und einen negativen Imaginärteil und wenn wir das zusammenfassen folgt daraus dass z im vierten Quadranten liegt z liegt also im vierten Quadranten mit einem positiven Realteil und einem negativen Imaginärteil und jetzt möchte ich Schritt für Schritt meine Polarkoordinaten berechnen das erste wäre Radius R der würde sein A Quadrat plus B Quadrat das würde die Wurzel aus 4 Quadrat plus minus 2 Quadrat sein und das würde insgesamt die Wurzel aus 20 sein die Wurzel aus 20 hat auch eine Dezimalzahl die wir auch anschreiben können dazu müssen wir den Taschenrechner ausrechnen und erhalten insgesamt 4,47 gerundet das wäre R der Abstand der komplexen Zahl im Grunde genommen vom Ursprung und der zweite Wert ist unser Alpha das wir zunächst ausrechnen Alpha wäre der Ak dann von Betrag minus minus 2 minus 2 durch 4 und das würde gerundet 26,57 ergeben doch wir sind hier im vierten Quadranten und das ist jetzt mein Alpha das Alpha entspricht jetzt nicht dem Phi sondern unser Phi ist jetzt insgesamt 360 minus die 26,57 Grad und das würde sein 333 Komma 43 Grad gerundet das heißt ich kann jetzt mir meinen Abstand R vom Ursprung und meinen Winkel den die komplexe Zahl mit der positiven x-Achse positiven Realteil-Achse einschließt aber immer gegen den Uhrzeigersinn mit Hilfe dieser beiden Formeln berechnen noch eine Definition eine kurze Definition R wird auch als sogenannter der Betrag der komplexen Zahl z bezeichnet und der Winkel Phi wird auch als sogenanntes Argument der komplexen Zahl z bezeichnet und schlussendlich bekomme ich dann die Polarform durch den Betrag der komplexen Zahl z als R und als Winkel Phi der auch als sogenanntes Argument bezeichnet wird das heißt wir können jetzt von den kathesischen Koordinaten umwandeln in die Polarkoordinaten und von den Polarkoordinaten umwandeln in die kathesische Form beim nächsten Video werden wir uns gemeinsam das grafische darstellen von komplexen Zahlen das heißt von den Grundrechnungsarten von der Addition von der Subtraktion von der Multiplikation und der Division uns genauer anschauen und dabei sehen dass wir diese Polarkoordinaten speziell für die Multiplikation und für die Division brauchen werden ich freue mich darauf ich freue mich darauf ich freue mich darauf ich freue mich darauf